Eine kleine Auszeit tut jedem mal gut. Das haben sich auch die Neureutters gedacht und sich ein paar Tage Urlaub im Schnee gegönnt. Da darf natürlich auch Töchterchen Mathilda nicht fehlen. Und siehe da, die eineinhalbjährige steht sogar schon auf Skiern. Da kommt wohl eine ganz nach Mama und Papa. Mit einem rosa Ski-Helm und dazu passender Jacke ist die kleine Mathilda schon eine richtige Fashionista. Das Trio scheint sichtlich Spaß im Schnee zu haben und auch eine Fahrt im Schlepplift wuppen die Neureuters ohne Probleme. Die Fans von Miriam sind über das süße Foto hoch erfreut. Tolle Familie, kommentiert ein User. Ein anderer schreibt, das wird die nächste Skirennläuferin. Doch es gibt auch kritische Stimmen. So lautet ein Kommentar, hätte mich ja so gefreut, wenn es für das Mädel in eine komplett andere Richtung gehen dürfte, würde. Schade. Diese Worte kann Mama Miriam nicht ganz auf sich sitzen lassen. Du kannst dir sicher sein, dass unser Kind ganz alleine entscheiden kann, was es gerne machen möchte. Und zur Info, sie hatte den größten Spaß und wollte heute gleich wieder Skifahren. Nach etwas anderem als Spaß sehen diese tollen Aufnahmen auch nicht aus.